Das Transferfenster ist immer eine arbeitsreiche Zeit voller Spekulationen und Gerüchte. Der Name des Mittelfeldspielers Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach stand in letzter Zeit im Rampenlicht und Gerüchte deuteten auf einen möglichen Wechsel zu Lazio Rom hin. Lazio-Sportdirektor Angelo Fabiani zögerte jedoch nicht, diese Behauptungen kategorisch zurückzuweisen. In einer offenen Erklärung erklärte Fabiani, Niemand von Galatasaray hat uns nach Kamada gerufen und bezog sich dabei auf den japanischen Mittelfeldspieler, der ebenfalls in Transfergerüchte verwickelt war. Ihm war klar, dass Lazio nicht die Absicht hat, Kamada zu verkaufen und von seiner Rolle im Team überzeugt ist, wir wetten viel auf ihn. Was Neuhaus angeht, äußerte sich der Sportdirektor von Lazio Rom ebenso prägnant und erklärte, dass ihnen der Spieler zusammen mit vielen anderen Namen im Sommer angeboten worden sei, es aber im Januar keine Verhandlungen gegeben habe. Diese Aussage setzt den jüngsten Gerüchten ein Ende, die einen möglichen Transfer des deutschen Mittelfeldspielers in die Serie A nahe legten. Die Fans von Borussia Mönchengladbach werden diese Nachricht zweifellos im Auge behalten, da Neuhaus eine Schlüsselfigur im Mittelfeld des Vereins ist. Der 26-jährige Spieler ist bekannt für seine Vielseitigkeit, seine Spielvision und seine Fähigkeit, das Tempo des Spiels zu kontrollieren. Er ist im Team stets präsent und wird von den Fans für seinen Einsatz und sein Können auf dem Spielfeld bewundert. Das entschiedene Dementi von Lazio könnte den Fans von Borussia Mönchengladbach Erleichterung verschaffen, die einen so talentierten Spieler sicherlich gerne in ihren Reihen behalten würden. Die Beziehung zwischen Spielern und Fans geht oft über die Grenzen des Spielfelds hinaus und schafft eine besondere Bindung zwischen der Mannschaft und ihren Fans. Nun würden wir gerne die Meinung der Fans von Borussia Mönchengladbach hören. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie wissen, dass Neuhaus zu Lazio Rom angeboten wurde, der Transfer jedoch abgelehnt wurde? Sind Sie erleichtert oder hätten Sie den Wechsel des Spielers in die Serie A unterstützt? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Kapitel des Transfermarktes. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu Ihrem geliebten Borussia Mönchengladbach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017